Hallo meine lieben YouTube-Freunde, ähm ja, wir spielen Glow Air Hockey und ich möchte den hier erstmal, hier muss ich mich einfach verwenden, hier annehmen, so, dann machen wir nämlich ein Turnier, ja, und ich kriege natürlich gleich Nachrichten von YouTube, ich habe gerade eben meinen Kanal gestellt, ich möchte natürlich, erstmal spielen, erstmal auf Easy, bis hier hat niemand in den Kläsen und Glow Air Hockey gespielt, dann haben wir das Spiel, okay, dann nicht, dann machen wir nochmal einen Player, wenn ich jetzt auf Easy gewinne, die haben wir auf Medium rüber und das wird in verschiedenen Folgen gemacht, dann geht hier auch natürlich gleich erstmal los, so, zack, Ich bin der Gelbe, der andere ist der Rote, zack, versuche jetzt natürlich zu gewinnen, wo das war ein Fehler, zack, nein, auf Easy sind die auch schon stark und wegen der Aufnahme leckt es natürlich so ein bisschen, aber nicht so stark wie auf meinem Handy, auf meinem Handy heißt ich Gipfel Falke 12, müsst ihr auch vorbeikommen, aber das ist jetzt einfach Gipfel, also Gipfel 20 oder sowas, das ist für mein Tablet, das ist das Acer Ignus 3 oder sowas, heißt das, das ist wirklich ein gutes Tablet, Ich habe gerade im Tor gemacht, ja, schon 3. Ich glaube, diese Runde wird ein bisschen schneller vorüber gehen, aber wenn ich auch schon, wenn ich schon mal auf Medium geschaltet habe, wird das wohl nicht mehr so leicht sein. Da werden die Gegner schon schwerer auf Hard und auf Inside, also auch, und ja, zack, das gewinnt ich aber. Gut, wir fallen schon, das geht ja immer bis 7, bei Air Hockey. Nein, das war richtig, ein richtig harte Fehler. Das klappt das hier mit meinem Super Trick. Nein, klappt nicht. Ja, gut, okay. Immer so an die Wand an einem vorbeispielen, das ist mein Trick. Zack, oh, Pfosten. Tor, gewonnen. Jetzt kommt wieder Werbung, ich gebe euch mal was raus. Und ja, so, das war's. Tschüss, tschüss.